Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei so einem Paketbandabroller von zum Beispiel Tesa so ein Klebeband richtig einlegen kannst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Systeme sind übrigens von diesen Abrollern bei den meisten Herstellern relativ ähnlich, weswegen diese Anleitung natürlich nicht nur für Tesa gilt. Zuerst einmal müssen wir unser Klebeband richtig hier in den Abroller reingeben. Hierfür einfach in die vorgesehene Halterung einmal einbringen und das Wichtige hierbei ist aber, dass das Klebeband natürlich richtig runter ist. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel einmal abziehe, ist ganz wichtig, dass die nicht klebende Seite zu meinem Griff hier hin zeigt und die klebende Seite nach außen. Danach öffne ich einmal diese Klappe hier hinten, um das Klebeband auch richtig einlegen zu können und dann hier hinten das Klebeband einfach mal etwas länger ziehen. Nun das Paketband Richtung Griff drehen, einmal leicht nach oben gehen, damit dieses Band auch wirklich überall schön durchgeht. Jetzt hier hinten um diese eine Rolle herum geben und ich kann meine Klappe hier schon zumachen. Zum Schluss das zu lange Band noch abreißen und wir können unseren Handrollen jetzt einmal ausprobieren. Hierfür verschließe ich jetzt einfach mal dieses Paket von oben, gebe also ordentlich Druck drauf und wir können sehen, Der Handabroller funktioniert super und somit haben wir auch schon das Band hier richtig eingelegt. Ich kann dir nur den Tipp geben, dass du immer hochwertiges Klebeband zu Hause auf Vorrat haben solltest, was natürlich nicht sofort einreißt. Das ist sehr ärgerlich, wenn du zu Hause einmal Klebeband benötigst und dieses einfach ausgegangen ist. Wenn du dir jetzt also so ein Klebeband hier, einen Handabroller oder vielleicht sogar irgendwelche Kartons für zu Hause zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller, ist ein relativ günstiger Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eines von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.